ja baby kommt doch da oben komplett da will ich hin BADDAS hier haben wir es gemacht gut Oh Gott. Der Kacknebel, der nervt mich so ein bisschen, das ist immer, wenn der Nebel hascht, das ist dann wie so ein Trail der Hemmfahren, weil ich bin jetzt wirklich in der Berge. Oh, nassfähig, es gibt Bock. Das war ein Packdrück. Das war's. so Sabine, hier wird geschoben auf jeden Fall so Yo Baby! Ahhhh Musik ich brauche längere pause ich weiß nicht was gleiches bitte ist nicht besser pause schön dass ich mich jetzt auf die pause freu geht mal an ich will immer durchschalten checken sieht man ist das die Leine die man sieht diese Maronne so steil wurde das nicht doch da oben komplett raar 20 Minuten ach nominated 3 so sehr 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 Hallo Hallo Danke 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 Ich bin mir ganz sicher dass das so ein Trail ist der so geplant ist der geht nur über den Schauf der so blöd guck dir das nochmal an oh mal jetzt schau doch mit dem Rucksack drauf ist das nichts du Käfer ich sag dir du hast die Wahl weder hast du was im Auge oder auf dem Auge Beine Aua 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 Mille grazie Aua 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 Na du Sufki wie hat es geschmeckt Richtig geil Aua 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 Aua